Wir sind jetzt alleine. Würdest du es nicht machen? Du machst einfach nur um zu provozieren. Natürlich mache ich das. Das ist so ein Making-of. Das lange im Nachhinein. So als extra. Doch. Alles war ein Fing. Die Zwingung uns das Video zu machen. Den Text können wir auf dem Nettok einblenden. Welchen Text? Aber losleden. Ja, ok. Ok. Wieso geht das so schnell? Töndi? 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 Äh, warte. Ich habe jetzt eine Mütze zu drüber gelegt. Das ist so genial. Äh, Aufnahme. Das war jetzt der Scheiß. Scheiß. Was? 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 Er sagt irgendwas und dann... Dann halt... Was? Was? Nein, er ist noch da. Brutal. Willst du mich jetzt verarschen eigentlich? Alter, Leute. Du bist genauso, Martin. Ja, du sagst gleich mal. Man könnte nicht so was von... Pssst. Ausdrücken, oder? Ruhig Michi, ruhig. Ruhig jetzt. Zur Webcam. Ungefähr so, Martin. Sprich. Sprich. Ok, warte. Hallo Webcam, wie geht es dir? Hallo Webcam. Warte, schau mal. Heute machen wir ein Making-of und haben Tonprobleme. So, so, so. Nein, nein. Jetzt sind wir schon in der Situation... Ja, so eine kleine Streiterei. Bisschen Frotten von mir. Gute Arbeit. Sonst kann man da machen. Ja, jetzt ist es aber in Ruhe gelaufen, ne? Verdammt, keine Mundi mehr. Warte. Ich hab keine Mundi. Monitär. Ja, wir brauchen jetzt Hilfe, Tobi. Das musst du zu hören. Schritt 2. Lichtverhältnisse. Oh, hi Tobi. Oh, Mann. Das ist so ein Bullshit-Pass, gell? Wieso brauchen die sowas rein? Ja komm, hier. Du sagst, du sagst uns auch. Was? Ähm. Wie bist du wach? Der Avengers 2. Nee, komm Martina, mach mal. Probier mal rum jetzt. Okay. Bitte. Nee, nee. Dun 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 dun. Aber warum? Also, ich sitze hier so. Die Kamera ist auf dem geilen Stativ, obwohl das richtige Stativ steht. Boah, so von unten mit Licht von oben ist es richtig. Meist hätte, Schatz. Sag mal, wo soll das Licht sein? Ja, gute Frage. Der ist doch hol, der Mensch. Jetzt ruft er an. Er soll doch ein Laptop annehmen, Alter. Fuck, ihr. Nimm ihn nicht an. Tobi, wir rufen dich gleich nochmal an, aber mit Tinas PC, okay? Der checkt aber nicht. Nein, er ist der Beste. Hi, Tobi. Alter, so das Mikro scheiße. Was ist denn, das ist doch ein Kinderlein. Das Mikro ist nicht scheiße, es ist zugeklebt. Warum ist das Mikro zugeklebt? Schaffst du den, das ist die Beste. Hallo? Also, ganz schön viel Licht hier. Mir fehlen noch zwei Kugeln erstens. Hat den schon aufgeladen? Drei Kugeln? Ja. Du hast drei Kugeln? Ja, ich hab sie ausgeschaltet. Und am Bett, ich schätze, es ist was unter dem Bett. Es ist immer was unter dem Bett. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020